ja hallo leute ich begrüße euch mal wieder auf meinem ganz schnell heute gibt es das video vom colt single action army in gold nickel von umarex bevor wir uns die waffe anschauen wie immer zuvor das datenblatt und 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 ja solch einem karton hier wird der single action army in gold nickel angeboten zumindestens hier bei uns in der brd ich sag das deswegen weil ich habe schon vor einem jahr mal ein video gesehen aus amerika als ein anderer youtuber uns diesen mal hier vorgestellt hat im gold nickel und der wurde genau wie alle anderen modelle die wir bereits kennen in solchen kartons angeboten ja also in amerika scheint der wirklich auch nur in so einem karton hier welcher wie eine holzkiste gemachtes quasi optisch gesehen angeboten wird und bei uns hier in der brd wird er halt so angeboten dieser schatulle sagen wir mal die das hier darstellen solche sind auch so scharniere noch angedeutet hier auch noch so was wie ein so ein emblem hier das kalt pferdchen also das ist wirklich sehr sehr schön gemacht und jetzt schauen wir da mal rein und nehmen uns die waffe mal raus gucken wir mal was wir hier haben natürlich hier auch wie bei allen umarex waffen eine bedienungsanleitung hier wird der gold single action army in dieser version auch explizit abgebildet das erkennt man hier nämlich an den ja an den gold logos die hier quasi in den griffschalen eingelassen sind hier sehen wir die 5,5 zoll version und die 7,5 zoll version die ich hier vorliegen habe also gibt ihn auch in diesen beiden lauf längen ja jetzt nehmen wir die waffe mal aus hier ist noch mal zu sehen auch so eine metallplatte optisch angedeutet eingelassen vielleicht noch mal ja sind wir auch noch mal colt sra 45 dat colt logo und hier lizenz und so weiter von colt und jetzt nehmen wir raus und da war das gute stück jetzt mal ausgepackt erst einmal noch mal recht herzlichen dank an die firma umarex die mir diese waffe hier freundlicherweise zur verfügung gestellt hat ja die 7,5 zoll version in gold nickel hier da haben wir alle drauf gewartet insbesondere die sammler mich natürlich eingeschlossen ja die gibt es auch als 5,5 version auch in dieser gold nickel edition als diabolo schauen wir uns mal zuerst hier den lauf an hier sehen wir sehr schön die angedeuteten felder und züge des scharfen modells und bevor hier wieder fragen kommen ja das ist ein durchgehend gezogener lauf das habe ich überprüft kein fake lauf der lauf geht bis hier zum korn ja das ist also schon mal phase hier haben wir schön aufgeläsert wieder colt single action army punkt 45 sehr dezent hier haben wir das patent september 1871 das colt pferdchen wie gesagt der abzug die trommel und auch der hahn alles richtig schön vergoldet das ganze hier glitzert und funkelt auch wieder egal wie man es hält hier unten haben wir die single action army typische sicherung von umarex wenn diese eingelegt ist dann können wir weder den abzug betätigen noch den hahn spannen jetzt für mich nicht gebraucht habe ich aber schon mal gesagt aber es stört nicht weiter hier ist der ausstoßer und ja die kimmel ist natürlich nicht verstellbar die ist ganz klein nur so war das halt damals bei den single action army modellen das ganze hier wird für mich ein reines vitrin stück sein ich werde auch diese waffe nicht schießen weil wir haben hier unten den trommel stopp sieht man hier sehr schön ja hier und das könnte beim zu häufigen betätigen der trommel könnte das ein abrieb geben deswegen möchte ich das nicht machen ich zeige euch hier auch noch mal ganz kurz die funktionsweise habe ich schon bei allen anderen single action army modellen erklärt will ich hier aber trotzdem noch mal machen hier die lade luke wir müssen den hahn in die erste position bringen dann rastet der dort ein das hier ist dann wie gesagt die ladefunktion also die lade rast sozusagen und jetzt können wir hier vorne den schieber betätigen und können die patronen bzw die ladehülsen ausstoßen wenn wir das möchten dann halt die trommel weiter drehen und dann genauso raus damit ja ansonsten haben wir hier auf den elfenbein farbenen griffstücken die sind aus plastik haben wir hier das colt logo richtig schön als medaille eingelassen ähnlich wie beim nra und auch beim marshall schon zu sehen wir haben hier unten auch wieder wenn wir die kappe abnehmen einen integrierten im bus womit wir die co2 kapsel welche in das griffstück kommt arretieren können also eben alles so wie bei den anderen modellen auch schon ja wenn wir die waffe jetzt mal drehen dann sehen wir hier auch wieder das colt logo die kaliberangabe 4,5 mm punkt 177 das diabolo zeichen das f im fünfeck und eine seriennummer das ist alles was wir hier drauf erkennen und natürlich gilt auch hier wie bereits bei der p 38 schon gesagt man sollte hier immer ein mikrofasertuch liegen haben und dann kann man die fingerabdrücke die man hier wirklich drauf ganz ganz schnell erkennt sofort wieder wegwischen es ist eben wie gesagt ein sehr sehr schönes glänzendes stück jetzt habe ich hier mal zwei dieser hülsen rausgenommen und wenn ich mir die hier so angucke dann fällt mir sofort auf dass hier vorne so ein kleiner also keine wulst angedeutet ist nämlich ähnlich wie bei der scharfen wo das hier so gesehen das projektil wäre jetzt nehmen wir uns doch einfach mal den vorgänger dazu ich habe hier die 5,5 variante auch als diabolo und hier schauen wir mal wie sich das hier mit den hülsen verhält weil ich meine die sahen ein bisschen anders aus nehmen wir auch hier mal eine hülse raus und vergleichen die und wir sehen hier hier ist diese kleine wulst nicht vorhanden also hier hat man ein weiteres detail was man bei der vorgänger variante nicht hatte ansonsten ist es das gleiche hinten auch wieder diese gummi dichtung wo das diabolo praktisch dann rein kommt auch hier kann man wieder diverse längen verwenden da sind der fantasie keine grenzen gesetzt bzw der vielfalt und das ist eigentlich im großen und ganzen alles was hier zu sagen wäre schusstest wie gesagt mache ich nicht ich habe mit den anderen 7,5 versionen die ich bereits getestet habe ob es der verkrumpter war ob der blue war der marschall ihr habt sie alle gesehen und wirklich sehr sehr präzise deswegen spare ich mir das hier zum abzugs verhalten wäre vielleicht ja auch noch mal zu sagen wir haben hier also wirklich einen sehr sehr schönen abzug ein sehr leichtgängiger abzug wir haben allerdings auch wirklich wieder hier diesen diesen punkt der eigentlich sofort da ist nachdem die waffe gespannt ist also hier ist nichts mehr hier ja dann kommt sofort dann löst sich der schuss also dass es es macht einfach nur spaß und man trifft ja wie gesagt auch sehr gut damit ja das war es dann soweit von mir der 5,5 zoll wird jetzt meine sammlung verlassen ja den brauche ich nicht mehr werde ich demnächst auf einer auktionsplattform anbieten dieser hier kommt dann meine sammlung darauf habe ich jetzt ja über ein jahr lang gewartet jetzt habe ich ihn endlich und ich freue mich wie bolle gut das war's von mir an dieser stelle nächste review kommt ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir leichter lasst mir ein abo da falls noch nicht geschehen besucht meine partner kanäle sowie unser forum und natürlich unseren partner und sponsor den damage jagd sport und outdoor denn der hat nämlich diese tolle waffe auch im angebot bis dahin fall bleibe ich mit den besten wünschen macht's gut bleibt mir alle schön gesund und munter bis demnächst euer dog mein liebes pferd hat gerade ein paar haufen gemacht du kannst dir einen pferd abnehmen also da automatisch Bis zum nächsten Mal.